Vor langer, langer Zeit lebte ein armer Knabe, der hatte eine böse Stiefmutter. Och, der konnte er nichts recht machen, immer nur bekam er Schimpfe und Schläge. Eines Tages, da gab sie dem Jungen einen großen Korb. Mach dich auf, du Nichtsnutz, geh in den Wald hinein und suche Moosbären. Ha, und wenn du mir den Korb nicht voll zurückbringst, dann bekommst du eine Tracht Prügel, dass dir die Rippen krachen. Dann nahm der Junge den Korb und lief in den Wald und er weinte. Wie sollte er denn bloß so viele Moosbären zusammenbekommen? Das war doch gar nicht zu schaffen. Trotzdem kroch er im Wald von einer Staude zu anderen und pflückte nach Leibeskräften. Doch der Korb wurde und wurde nicht voll, so sehr er sich auch anstrengte. Viele Stunden hatte er schon gepflückt, die Sonne, die brannte. Och, und da begann der Junge schläfrig zu werden vor lauter Hunger und Müdigkeit. So sank er in das Moos und schlief ein. Und als er wieder erwachte, da sah er mit Schrecken, dass es schon Abend war. Aber noch mehr erschrak er, als er sah, dass ein winziges Männchen in einem grünen Röcklein vor ihm stand. Als der Zwerg merkte, dass der Junge erschrocken war, da wurde er ganz freundlich, fragte, was er hier mache. Ich muss Moosbären pflücken, einen ganzen Korb voll. Und wenn er nicht voll wird, dann bekomme ich Schläge, denn die Mutter ist gar streng mit mir. Ach, hab keine Sorge, sagte der Zwerg, und begann Moosbären zu pflücken. Und er hatte sich nur einmal umgedreht, schon war der Korb voll. Anschließend gab er dem Jungen ein Schächtelchen. Du bist ein guter Junge. Bleib, wie du bist, dann wird dir nichts Übles geschehen. Nimm dieses Schächtelchen, aber öffne es erst in allergrößter Not. Erst dann, wenn du keinen anderen Ausweg mehr siehst, dann wird dir geholfen. Der Junge versprach es dem alten Männlein, nahm das Schächtelchen und dankte. Kaum hatte er die Worte gesagt, da war das Waldmännlein verschwunden. So steckte der Junge das Schächtelchen ein, nahm den vollen Korb auf den Rücken und wanderte froh nach Hause. Jetzt hatte er ja nicht nur einen Korb voller Bären, nein, er hatte auch einen Helfer in der Tasche. Müde und schweißüberströmt kam er heim. Da stand die böse Stiefmutter schon auf der Türschwelle, wollte ihn schimpfen und schlagen. Aber als sie den vollen Korb sah, da staunte sie und ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Seit diesem Tage quälte sie den Knaben nicht mehr so. Manchmal war sie sogar freundlich zu ihm. Aber hassen tat sie ihn immer noch. Sie wartete nur auf eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Nun, der Junge hatte jetzt bessere Tage. Ab und zu, da schaute er immer noch das Schächtelchen an, aber er öffnete es nie, denn momentan brauchte er es nicht. Und so vergingen die Wochen. Da kam einmal ein unbekannter Mann ins Dorf und der hatte ein seltsames Pfeiflein dabei. Wenn er darauf spielte, da folgten ihm alle Kinder nach, ob sie wollten oder nicht. Und auch als der Junge das Pfeifen hörte da, da zuckte es ihm in den Füßen und er lief mit. Tja, und so zog der ganze Zug durch das Dorf auf den Wald zu, wo ein großer grauer Berg aufragte. Dort angekommen, da tat der Mann einen lauten Pfiff und der Berg öffnete sich. Die Kinder mussten ihm in diesen finsteren Schacht hinein folgen und hinter ihnen schloss sich polternd die Öffnung. Da hättet ihr mal die armen Kinder sehen sollen. Von aller Welt verlassen waren sie jetzt im stockfinsteren Berggewölbe. Kein Sonnenstrahl drang dorthin und sie wussten nicht, was passieren würde. Sie weinten und jammerten, aber der Berg blieb verschlossen. So vergingen drei Tage und drei Nächte und auch der Junge weint und klagte mit den übrigen Kindern, bis ihm endlich sein Schächtelchen einfiel. Vielleicht konnte das ja helfen. Ganz vorsichtig nahm er das Geschenk des Männleins heraus und öffnete es. Aber, aber was war denn das? Ein ganz gewöhnlicher Stinkkäfer kroch daraus hervor. Und dieser Käfer, der flog nun summend und brummend auf und ab, prallte so rund bald da, bald dort an. Und so summte und brummte er längere Zeit herum. Doch mit einem Mal, da ließ er sich auf dem Boden nieder, wühlte die Erde auf und fand dort ein kleines Schlüsselchen. Das brachte er dem Jungen. Da freute sich dieser Nahm das Schlüsselchen und tastete an allen Ecken und Wänden herum, ob er ein Schlüsselloch finden könnte. Und er musste lange suchen. Doch dann, dann fand er ein ganz winziges Schlüsselloch. Und der Schlüssel passte. Da sprang eine verborgene Pforte auf. Oh, was freuten sich die Kinder, als sie das goldene Tageslicht in den dunklen Berg fallen sahen. Und gemeinsam eilten sie zur Tür und hinaus ins Freie. Tja, da waren sie aber plötzlich mitten in einer völlig unbekannten Gegend. Schön war es, mild war es, fette Wiesen, kühle Wälder mit riesigen Eichen und Buchen. Oh, und dazwischen, da murmelte ein spiegelklarer Bach. Die schönsten Blumen blühten und es duftete und Schmetterlinge tanzten in der Luft herum. Die Kinder freuten sich. Und das eine lief hierhin und das andere dorthin. Und bald waren alle verschwunden. Der Junge hatte seinen Stinkkäfer wieder in das Schächtelchen gesteckt und ging allein weiter. Er folgte einem Pfad, der sich durch das Wäldchen schlängelte. Er ging und ging und er dachte darüber nach, was er denn jetzt wohl anfangen sollte. Nach Hause wollte er nicht zurück. Und nachdem er ein gutes Stück gegangen war, da sah er mit einem Mal ein großes, prächtiges Schloss vor sich stehen. Ach, das ragt er mit seinen Türmen und Zinnen hoch über die riesigen Bäume und rund um das Gebäude, da sah der Junge einen Garten. Oh, grüne stolze Bäume ragten empor, leuchtende Blumen, rauschende Springbrunnen. Da stand er und konnte sich nicht satt sehen an all der Pracht. Hm, aber schließlich überlegte er, wie es wohl innen aussieht. Und so suchte er einen Eingang. Aber er fand nirgendwo eine Tür oder ein Tor, nichts. Er ging noch einmal um das Schloss herum und noch einmal. Das gab's doch gar nicht. Ein Haus und gar ein Schloss ohne Ein- und Ausgang. Und wie er so dastand und überlegte, da hörte er plötzlich ganz leise eine Stimme. Wenn du den Schlüssel findest, gehören dir Schloss und Hof. Da fiel ihm sein Schächtelchen wieder ein, er öffnete es, und der Käfer kam heraus. Er flog herum und surrte und brummte, bis er sich schließlich auf den Boden niederließ, die Erde aufgrub und einen kleinen, goldenen Schlüssel fand. Da freute sich der Junge und suchte am Turm hin und her, bis er schließlich das Schlüsselloch fand. Da steckte er den Schlüssel hinein, drehte ihn herum und genau die Türe öffnete sich. Och, da hättest du dabei sein sollen und all diese Pracht und Herrlichkeit im Schloss sehen sollen. Und auch der Jubel und die Freude im Schloss waren riesengroß. Und als er so dastand, der Junge, und den Mund offen hatte vor lauter Staunen, da kam ein alter König auf ihn zu. Der führte eine wunderschöne Prinzessin an der Hand. Der alte König umarmte den Jungen. Danke, sagte er, du hast uns erlöst. Und zum Dank bekommst du das Königreich, das Schloss und, wenn du willst, die Hand meiner Tochter. Der Junge schaute, die Prinzessin schaute, eine leichte Röte überzog ihre Wangen und so nickten sie sich zu. Und was soll ich euch sagen? Sie heirateten. Und der Stinkkäfer, der wurde aus seiner Schachtel befreit. Und wer weiß, vielleicht lebt er heute noch mit ihnen im Schloss. Kampmeiers Kinderkanal S proved er緊, dass sie ihren Seen in der겠지만 werden einen Schichter befreit. Musik 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 Vielen Dank.